So, hallo, da ist euer Robobox28 zurück zu Battlefield 1. Wir müssen jetzt ein Satz-Teilchen für unsere geile Beth sorgen ohne zu sterben. Kann ich da irgendwie... Nein, die Karte kann ich nicht aufmachen. Wenn wir zuerst da in die Windmühle... Ich mache die Genda zu stecken auf. Wenn wir dann da hoffentlich Scharfschützen können. Ja, Scharfschützen. Das ist glaub ich, dass ich hier nicht. Aber ich habe sie nicht aufgeführt. Wenn du nicht so drauf willst zu sehen, ist nicht erwartet. Wo ist denn, wenn du nicht so drauf willst. Wenn du nicht die Genda's empfielst, dass ich mich in der Karte Fournier zurückkette, Dann ist erging die Karte. Oh, ich traf, dass ich mich nur lerne. Ich glaube jetzt keiner mehr. Ich glaube jetzt. Nicht schlecht. Da waren es nur noch drei. Ich fange da wieder auf meinen... Ja, hehehe. Ich bin mühlich. 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 hier Untertitelung des ZDF, 2020 Halbzeit Warte mal nicht 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 Nur noch einer Warte mal nicht 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 Ich bin kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Ja, wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist ja das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich hab alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich hab immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche. Du dämliche scheiß Kamp-Drecksmaschine. Ach komm schon. Komm Bess, na los. Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir. Verdammte Scheiße. Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kamp-Bess. Deft braucht es halt und so hart. Ja. Sie steht drauf, wie du fluchst, Junge. Hahaha. Da ist er, boy. Der Trepppunkt geht hinter dieses Lügen dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. Es geht los. Linke Flanke. Erbeutete Panzer fahren in das Dorf ein. Sachte Leute. Wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Lasst mir nicht aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Perfekte Distanz. Ein bisschen höher. Ist er schon tot? Ich denke schon, nur. Jetzt. Perfekte Freibeschaut. Nice. 精湯- Was ist das? Wir haben in ein Wettennest gestochen, Jungs. Rückzug! Nein, wenn wir das machen, sind wir tot. Ich habe eine Behinderung. Das reicht, wir können weiter. Wir haben eine Behinderung. Wir haben eine Behinderung. Wir haben eine Behinderung. Wir haben eine Behinderung. Ich will jetzt nur verarschen, dass ich noch treffe. Wir haben eine Behinderung. Er ist so dummer, schießt mit der... Wir haben eine Behinderung. Ich kann es nicht schießen, Dinge, weil wir sind teilt. Töne weiter. Ich bin nicht Loare. Wir haben die Behinderung. Dann sind wir die Behinderung zurück. Für uns war der Herrlich. Wir haben die Behinderung. Ich bin einfach auf den Weg. Wir haben die Behinderung. Wir haben die Behinderung. Wir haben die Behinderung. Wir haben eine Behinderung. Wir haben die Behinderung. Es ist etwas schnell genug. Wir haben die Behinderung. Wir haben den kleinen Bastard. Das macht so Spass. Hey, wieso hat der Motherfucker nicht kaputt? Jetzt. Was gibt auf? Der ist richtig da. Das 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 ist richtig da. Und ja, hält man deine Frasse. Ich bin jetzt am Scharfen. einsatz ziel abgeschlossen wir wollen zu der hauptstraße direkt dahinter ok, let's go oh das ist ein sammelpunkt die wollen komplett zurückerobern und dann überlassen wir ihnen die wie lautet denn der plan wir haben wir sie hier hart und schnell treffen könnten wir wirklich was bewegen zieht es durch bleibt in bewegung sie nicht merken dass wir ganz allein sind mache ich es noch fertig die 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 Das war's für ihn. Das war's für ihn. Das war's für ihn. Das war's für ihn. Wir müssen dieses Zugdepot verteidigen, Jungs. Komme, was wolle. Ich bin in Reichweite. Los geht's! Jetzt sind sie nicht mehr so hart. Ganz ruhig. Bleib konzentriert. Sie dürfen nicht in Reichweite kommen. Halt uns in Bewegung, Edwards. Gut geschaffen, McManners. Oh, fuck. Ich bin in Reichweite. 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 Versuche hinter sie zu kommen. Da ist die Panzerung schwächer. Bleib bei dem Dram. Bleib dran. Los, Edwards. Unternimm was. Ja. Hey, nicht übermütig werden, Jungs. Gibt es? Losen wir die Bülschen, Männer! Der Gegenangriff war leider nicht so hart, wie er hätte. Da kommen noch mehr, dann verschatzen wir uns hier und kämpfen! Dann sollt ihr mal machen, was ihr am besten könnt! Repariert werden oder was? Der Gegenangriff war nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles okay? Fahrt weiter! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020